Burmeister Spezialreinigung. Wir reinigen exklusiv nach einem schonenden Verfahren mit Kohlensäure, die keinerlei Rückstände hinterlässt und absolut ungiftig ist. Mit bis zu 60 Grad wird das Reinigungsmittel aufgesprüht. Dadurch werden die Polster nicht nur besonders sauber, sondern trocknen auch innerhalb kürzester Zeit. Auch einzelne Flecken können mit dem Fleckenlöscher schnell beseitigt werden. Für makellos saubere Polster und Teppiche kommen Sie zu uns. Wir machen Ihnen gerne ein unverbindliches Angebot.